Wunderschönen guten Tag zu dieser neuen Nerd-News, frisch nach meiner NEC. Und vielen lieben Dank für euren ganzen Support auf twitch.tv slash nerdovernews. Und ja, es war ein großartiger Stream, wie jedes Jahr im Januar. Vielen lieben Dank dafür. Außerdem schaut mal noch vorbei. Unten läuft noch das Januar-Gewinnspiel von meinem Dauerpartner instantgaming.com. Da könnt ihr euch gerne noch ein Spiel aussuchen, was ihr haben wollt. Aber jetzt legen wir los mit den News. In einer der letzten News haben wir ja über die Conkers Bedford Day-Statue von First for Figures gesprochen. Und was soll man sagen? Jetzt sind die Preise dafür bekannt. Und man muss sagen, das ist jetzt nicht so wenig. Also die Grundversion der Statue kostet 629 Euro. Ja, richtig gehört. Das ist nicht gerade wenig und kostet mehr als die PAL-Version von dem eigentlichen Spiel. Was momentan nur auf Ebay verfügbar ist, logischerweise. Es gibt noch eine zweite Version für 659 Euro mit einigen Nicht-Effekten. Und wenn ihr die ultimative Version haben wollt, dann bezahlt ihr schon 839,99 Euro. Und mich würde jetzt mal interessieren, kauft ihr euch sowas? Seid ihr so affin auf so eine Figur, dass ihr so viel Geld dafür ausgeben würdet? Also ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist das denn doch ein Stück zu viel. Der Super Mario-Film ist in der Mache und viele fragen sich natürlich, wie wird die Story aussehen? Wie wird man Mario dauerhaft sprechen hören? Und welche Rolle werden die einzelnen Charaktere überhaupt übernehmen? Naja, das wissen die Schauspieler offensichtlich selbst nicht so ganz. Denn Charlie Day, der Synchronsprecher von Luigi, hat sich nun in einem Interview zu dem Film geäußert. Und er hat gesagt, eigentlich weiß er so gut wie gar nichts. Und das, was er weiß, ist streng geheim. Er ist noch nicht mal mit anderen Schauspielern in derselben Synchronsprecher-Kabine. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Das passiert bei vielen anderen Produktionen auch. Aber hier geht es wahrscheinlich hauptsächlich um die Geheimhaltung, die seitens Nintendo ausgeht. Ich bin gespannt, ob sich das Ganze am Ende lohnen wird. Ob man sagt, hey, das ist wirklich ein richtig, richtig guter Animationsfilm. Oder ob man sagt, naja, ist nett, was für Nintendo-Fans. Eine zweite Person, über die ich hier reden will, ist der Moderator Kit. Und nein, damit ist nicht das schwarze Auto gemeint aus den 80ern, sondern von Kit und Krista aus der Nintendo Minute. Denn Krista hat ja die Nintendo Minute bzw. Nintendo direkt nach der letzten Show verlassen. Und jetzt folgt auch Kit, der Nintendo direkt verlässt. Und zwar nach 13 Jahren. Also zwar ein Jahr kürzer als Krista, aber offensichtlich hat man keine neuen Positionen mehr für die beiden Moderatoren. Und ja, finde ich irgendwie ein bisschen schade nach so einer langen Zeit. Aber wer weiß, wo es die beiden hintreiben wird. Aber es ist immer interessant, wenn man von diesen Moderatoren nichts direkt hört. Was da wohl passiert sein könnte, dass man die Show auf einmal eingestellt hat, obwohl die noch relativ gut lief. Und ja, ich bin mal gespannt, wo es die beiden hintreiben wird. Und ob wir irgendwann mal Details davon erfahren werden, warum die beiden gegangen sind. Aber kämen wir mal in die Nintendo-Software-Sparte. Und zwar zuallererst auf Mobile. Denn Animal Crossing Pocket Camp bekommt das Update 5.0. Und da werdet ihr einige neue Sachen erleben und auch entdecken dürfen. Zum Beispiel die Gastzette, die bei euch Unterschlupf finden dürfen, wurden jetzt von 8 auf 16 erhöht. Das liegt vor allem damit zusammen, dass die Smartphones einfach leistungsfähiger geworden sind. Denn das Spiel existiert mittlerweile schon seit vier Jahren. Außerdem gibt es jetzt eine Widget-Funktion, die ihr in euren Homescreen einordnen könnt. Also das heißt, ihr erfahrt die neuesten Informationen direkt als Widget, ohne direkt die App öffnen zu müssen. Und ja, das macht ja eigentlich bei allen modernen Smartphones nur Sinn. Und des Weiteren gibt es einen Pocket-Kalender, der euch über zukünftige Events und Angebote informieren wird. Ihr seid also immer auf dem Laufenden damit. Bei so einem großen Update bleibt es bei einem Mobile-Spiel natürlich nicht aus, dass man nochmal eine neue Monetarisierungsvariante findet. Und zwar gibt es jetzt für 99 Cent den sogenannten Erinnerungsspaß. Ihr habt richtig gehört, das hat nichts mit Erinnerungspass zu tun, sondern Erinnerungsspaß. Hier bekommt ihr Designs, Sticker und auch noch einen Schrittzähler spendiert. Ab 99 Cent im Monat geht das Ganze los. Aber auch noch weitere Fakten zu anderer Software gibt es. Denn zum Metroid Prime 4 sucht Retro Studios immer noch Unterstützung. Und zwar in Form von Stellenausschreibung. Ein Tool-Ingenieur und ein Technology-Ingenieur werden weiterhin gesucht. Und das ist ziemlich tiefgreifend am Anfang der Entwicklung zu sehen. Und ich würde mal raten, dass das Spiel wirklich erst zum Übergang mit einer neuen Nintendo-Generation kommen wird. Wahrscheinlich als Cross-Plattform. Ich könnte mir eigentlich langsam, ehrlich gesagt, nichts anderes mehr vorstellen. Denn der Reboot der Entwicklung fand mittlerweile schon 2019 bei den Retro Studios statt. Und das ist mittlerweile ja auch schon wieder über zwei Jahre her. Und ja, wir gucken mal, wann ein Metroid Prime 4 überhaupt noch kommen wird. Und gerüchteweise soll es ja dieses Jahr noch das Remaster von Metroid Prime 1 geben. Es ist doch immer wieder interessant, mal direkte Interviews von Entwicklern zu erfahren. So gibt es nämlich jetzt ein neu übersetztes Interview aus dem Jahre 1999 mit Shigeru Miyamoto. Und der war wohl offensichtlich mit The Legend of Zelda Ocarina of Time nicht so ganz zufrieden, wenn man bedenkt, dass das Spiel 1998 rauskam. Aber es gab noch ein paar andere Details. So sollte das erste Zelda nur aus Dungeons bestehen, ohne Overworld. Also das heißt, hintereinander weg sollten Dungeons kommen. Man hat sich aber im Nachhinein dafür entschieden, das Ganze mit einer Overworld zu verbinden. Sonst wäre wahrscheinlich Zelda auch gar nicht das, was wir heute kennen. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch modernere Ableger, wie zum Beispiel Ocarina of Time. Und da hat er gesagt, ja, Navi zum Beispiel war nicht unsere beste Idee. Er sagt, man wollte den Spieler irgendwie unterstützen, ihn anzuleiten. Und er sagt, er findet das am Ende einfach nur unpraktisch und nervig. Aber es anders einbauen zu können in dem Spiel, hätte wahrscheinlich nochmal denselben Programmieraufwand bedeutet, wie zum Beispiel das ganze Spiel zu programmieren. Was er damit genau meint, wissen wir nicht. Aber interessant, dass er das genauso sieht, wie viele andere Spieler, die von Navi genervt waren. Mich hat die ehrlich gesagt nie so gestört. Aber ja, ihr könnt ja gerne eure Meinung dazu unten mal dalassen. Ja, und bevor wir in die neue Software und in die Budget-Software gehen, gehen wir erstmal zu Pokémon Legenden Arceus. Denn ja, das ist jetzt neu erschienen. Und für 59,99 könnt ihr das auch ab sofort kaufen. Und ihr müsst allerdings sehen, dass ihr das noch bekommt. Denn in vielen Ländern ist es einfach ausverkauft. Unter anderem in Japan, Frankreich, Germany, also Deutschland, Spanien, Italien, UK, Kanada und Australien ist das Spiel auf Platz 1 der Vorbestellerscharts bei Amazon. Ja, also das heißt, es wird sehr, sehr gut gekauft. Und angeblich sind die ersten Millionen Kopien auch schon geknackt worden von dem Spiel. Ja, Gameplay soll Spaß machen. Aussehen tut es immer noch wie Grütze. Tut mir leid, da beißt die Maus keinen Faden ab. Aber ja, was haltet ihr von dem Spiel? Habt ihr es euch gekauft? Habt ihr Spaß damit? Und wenn ja, dann sagt doch gerne mal eure Meinung. Macht es auch nach mehreren Stunden Spaß? Oder sagt ihr, naja, ein bisschen Fallenschliff würde dem Spiel noch gut tun? Jedenfalls sollen laut einigen Ligern dieses Jahr noch DLCs für das Spiel rauskommen und auch ein erweiterter Pokédex. Denn aktuell gibt es nur 230 Pokémon in dem Spiel und das soll jetzt demnächst auf 400 Pokémon erweitert werden. Joach, schauen wir mal, ob es so kommen wird und ob die neunte Generation auch noch den Weg in Pokémon Legenden Arceus finden wird. Denn auch das könnte durchaus passieren. Vielleicht wird das ja ein Vollpreis-Service-Game, womit man die Open World dann immer weiter füllt. Würde ihr auf jeden Fall ziemlich gut tun. Aber gut, die Neuerscheinung haben wir damit schon abgehakt. Nach diesem Monat Pokémon Legenden Arceus, wie gesagt, 59,99 im E-Shop und als Retail-Variante für 53 Euro auf Amazon. Aber es gibt natürlich auch noch ein paar günstigere Games, die erstens mal nichts mit Pokémon zu tun haben und die alle drei zusammen immer noch wesentlich günstiger sind. So gibt es zum Beispiel Grip und das ist ein Future Racer, der euch auch an Decken und Wänden fahren lässt. Und damit solltet ihr auf jeden Fall bis zu 1360 kmh Spaß haben. So zumindest der Beschreibungstext. Schaut doch mal vorbei, für 5,99 Euro ist das vielleicht eine gute F-Zero-Alternative. Wer allerdings sagt, ich möchte langsam und gemütlich, aber vielleicht auch ein bisschen gruseln, der kann sich mal Darkwood anschauen für 5,99 Euro. Und das sieht gar nicht mal schlecht aus. Denn das Spiel basiert darauf auf euren Sichtkegel und wird vor allem von oben gezeigt. Ich habe es damals auf dem PC gespielt. Ihr könnt zum Beispiel Türen von innen vernageln, solltet euch aber sicher sein, dass im Inneren auch kein Zombie im Haus ist und so weiter und so fort. Cooles Spiel, cooles Konzept und kostet gar nicht mal viel. Genauso wie Panzer Dragoon Remake für 6,24 Euro und da sind wir insgesamt bei knapp über 18 Euro für alle drei Spiele zusammen. Also nicht immer nur die neuesten kaufen, sondern auch mal bei den älteren Titeln vorbeigucken und da werden wir noch eine ganze Menge Spaß haben. So, das war es dann allerdings auch mit dieser Nintendo News. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich gehe jetzt schlafen und ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal und ciao.